Sir Oliver William H. Greaves Lese, KCBCBE, DSO war ein britischer Lieutenant General während des Zweiten Weltkriegs. Leben Lese besuchte das Lundgrove und Eton College. Im Ersten Weltkrieg trat er 1915 in die Coldstream Guards ein. Während der Schlacht an der Somme im Jahr 1916 wurde er verwundet. Er kämpfte im britisch Expedition Pinary Corps und wurde neben der Verwundung während der Schlacht an der Somme zwei weitere Male verwundet. Außerdem wurde er im Ersten Weltkrieg mit dem Distinguished Service Order ausgezeichnet. Lese blieb nach dem Krieg weiter in der britischen Armee. Bis 1938 gehörte er weiterhin den Coldstream Guards an. Von 1938 bis 1940 war er Instruktor auf der nordwestindischen Querta-Staatsschule. Oliver Lese erhielt während des Zweiten Weltkriegs seine Beförderung zum Major-General. Ebenso wie das Kommando über die 15. Division im Jahr 1941. Später im Jahr wurde ihm das Kommando über die neu formierte britische Guards-Ormat-Division übertragen. Im September 1942 wurde er Nordafrika versetzt, um als temporärer Lieutenant-General den Befehl über das XXX-Chor in Bernhard Montgomery's 8. Armee zu übernehmen. Dieses führte er auch in der zweiten Schlacht von El Alamein und im Tunesien-Feldzug. Lese nahm im Sommer 1943 unter Montgomery auch an der Operation Husky auf Sizilien teil. Nach deren Abschluss sein Chor zur Vorbereitung auf die Operation Ofallort nach Großbritannien zurückkehrte. Als Montgomery im Dezember 1943 Italien verließ, um selbst eine neue Aufgabe bei der Operation Ofallort zu übernehmen, wurde Lese zu dessen Nachfolger als Oberbefehlshaber der A8. Armee ernannt. So war Lese auch Kommandeur der Armee während der entscheidenden Schlacht um Monte Cassino. Bei der Einheiten des ihm unterstellten Zweite polnischen Korps nach Monaten schwerer Kämpfe das Kloster widerstandslos besetzen konnten. Nach dem nordafrikanischen Einheiten des französischen Expeditions-Kors, welches der fünfte US-Armee unter General Mark W. Clark unterstellt war, südlich von Monte Cassino der Durchbruch die deutsche Gustav-Linie gelungen war. Im Herbst 1944 wurde Lese nach Burma entsandt, um dort als Oberkommandierender der alliierten Landstreitkräfte in Südostasien zu dienen. Nach der Eroberung Rang und Semai 1945 wurde er durch William Slim abgelöst und kehrte nach Großbritannien zurück. Hier diente er bis zu seinem Ausscheiden aus der Armee Anfang 1947 als Oberbefehlshaber des Eastern Command. Im Ruhestand wurde er ein bekannter Gartenbau-Künstler und schrieb mehrere Bücher zu diesem Thema. Sir Oliver William Hargreaves Lese starb am 22. Januar 1978 in seinem Haus in Walis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017